Tag drei, Adventskalender. Legen wir wieder los. Frau Dag, Herr Dag und wir beginnen mit, machen wir Ostmann. Ostmann Gewürze, lecker Gewürze am dritten. Hier haben wir ein Gewürz. Welches Gewürz darf es denn sein? Fruchtiger Smoothie. Da ist er her. Süße Gewürzmischung, Limited Edition. Da ist das Rezept sogar hinten drauf. Einmal Smoothie. Schmuzi. Dann halt wieder die Nischchen. Gebrannte Mandeln, die typischen gebrannten Mandeln. Die typischen, also die richtigen gebrannten Mandeln. Klassische gebrannte Mandeln. 3. Dezember, das dritte Mal Mandeln. Ja, so wie sie gehören. Schmecken, wie sie schmecken sollen. Adventskalender. Kinder, weiße Schokolade. Hier ist die Nummer 3. Oh, Hanuta Mini. Hanuta Mini mit weißer Schokolade. Da bin ich gespannt. Das muss ich gleich aufmachen. Nee. Warum ist das in der White Edition? Das ist ja eine Lüge. Das ist ja ganz normal Sanuta. Ich hätte jetzt gedacht, du hast die Schokocreme, dann weiß. Das wäre geil, aber ganz normal. Schade. Dann haben wir wieder Degusta. Degusta Adventskalender ist der größte Adventskalender. Und da sind immer ganze Packungen drin. Und was haben wir heute? Eine Haselnuss- und Kakaogreme. Oh, geil. Ah, steht ganz fett drauf. Ohne Palmöl. Sehr schön. Das ist ja schon mal was. Zumindest. Und der Pechkalender. Heute darf ich dich wieder beleidigen. Kann ich auch schauen. Sucht mal die 3. So, die 3 ist. Ja, such mal. Hier, ich habe die Kalender heute schon mal alle angeschaut. Da ist sie. Die 3. Glückwunsch. Du bist der Schwund der Woche. Der was? Der Schwund der Woche. Okay, dann bin ich das. So. Gut. Wie gefallen euch die Adventskalender und die Videos bisher? Schreibt es in die Kommentare und macht es bloß weg, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir ballern jeden Tag ein Video raus. Bis morgen. Jeden Tag. Ein Türchen. Tschüss.